Wenn etwas eine Rolle spielt, dann ist es sicher wichtig. Wenn ich eine Rolle spiele, kann ich mich wichtig machen. So viele Rollen, welche ist meine? Identitäten, welche nehme ich an? Wie ist meine Rolle, meine Rolle angelegt? Denn wenn ich sage, das bin ich, identifiziere ich mich. Dann bin ich festgelegt und muss oben die Klavier. Hier stehe ich und kann nicht anders. So bin ich halt nun mal. Warum? Ich kann nicht raus aus meiner Haut. Warum nur? Oh, warum? Passiert mir immer wieder, immer wieder, immer wieder dasselbe. Egal, das Einzige, was zählt, ist, dass ich eine Bühne habe, dass ich etwas eher mache und etwas darstelle. Denn wenn ich ein Blick umarme, oh yeah, kann ich mich produzieren. Come on! Ich bin dann ein Produkt, Brock'n'Roe. Dann bin ich, oh yeah, ein Produkt. Wenn ich mich gut verkaufe, dann bin ich doch was wert. Wenn ich mich gut verkaufe, dann bin ich wohl was wert. Dann bin ich wohl was wert.